Drei Religionen, ein Haus. Corona bestimmt den Ablauf unseres Alltags neu. Wie beten Juden, Christen und Muslime in dieser Zeit? Das House of One lädt in die verschiedenen Glaubenswelten ein. Wir sagen ja Ramadan Kerim, Ramadan ist edel, Ramadan ist schön. Und das ist eigentlich ein Wunsch. Also das ist ja das, was wir uns immer wünschen. In unserer Gemeinde möchte ich möglichst den Gedanken aufrechterhalten, dass dieser Ramadan nicht weniger wichtig oder weniger wertvoll ist als all die anderen. Am Anfang hätten wir gedacht, jetzt müssen wir auf das Ganze verzichten. Aber es ist doch ein bisschen anders gekommen. Jetzt hat man nicht mehr das Angebot in Berlin, sondern weltweit. Man muss zwar bestimmte Gebete dann doch alleine beten, nicht in der Gemeinschaft. Aber es gibt Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Mukabelle, das ist die gemeinschaftliche Koranlesung. Im Ramadan wird täglich ungefähr 20 Seiten und somit werden rund 600 Seiten gemeinschaftlich gelesen. Online kann man diese Tradition auch fortführen. Und jetzt hat man eine unheimlich große Möglichkeit, unterschiedliche Imame oder Koranrezitatoren auf der ganzen Welt. Da kann man an einem Tag bei dem einen mitlesen und am nächsten Tag woanders. Es ist eine unheimlich schöne Erfahrung. Es geht in dieser Zeit darum, so viel Zeit wie möglich mit seinem Schöpfer zu verbringen. Und jetzt müssen wir nicht mehr lange Strecken laufen, lange Strecken fahren. Wir können von zu Hause aus arbeiten. Und letzten Endes, ich merke schon, ich verbringe viel mehr Zeit mit meiner Familie. Ich habe auch viel mehr Zeit für meinen Schöpfer, also für das Zusammensein mit meinem Schöpfer. Und das ist das Allerwichtigste und Besondere am Ramadan, dass wir diese Gelegenheiten dann ja eigentlich wahrnehmen. Dass wir möglichst dies aufrechterhalten, weil der Koran an sich wird als Kelamullah bezeichnet. Kelam, Wort, also Kelamullah, Wort Gottes. Also im Grunde ist es eigentlich ein Gespräch, ein Dialog mit seinem Schöpfer. Und dieses Gespräch, das ist so spannend. Und in dieser Zeit kann man das vor allem sehr stark intensivieren. Man kann viel mehr Zeit mit dem Schöpfer verbringen. Gemeinschaftliches Fastenbrechen, Iftar-Abende, das ist ja zur Tradition geworden in Deutschland oder auf der Welt. Und vor allem auch interreligiöses Fastenbrechen-Abende, das ist, finde ich, sehr, sehr wertvoll. Es sind Möglichkeiten, näher zusammenzurücken, sich besser kennenzulernen, für den Weltfrieden einen Beitrag zu leisten. Und Ramadan ist einfach die Zeit für die Muslime, da eine generelle Mobilisierung entsteht. Da sind viel mehr Menschen bereit, diesen Weg zu gehen. Und das ist eigentlich sehr dialogfördernd. Und das fehlt uns natürlich. Das ist sehr schade. Wir wissen, wenn mit etwas aufgehört wird, dann können Traditionen in Vergessenheit geraten werden. Es kann sein, dass bestimmte wertvolle Sachen doch nicht mehr so schnell wieder aufgenommen werden können. Das ist der Grund, warum wir versuchen, neue Ideen zu entwickeln, wie wir das doch trotzdem machen können. Eine der Ideen, die dann auch gerne umgesetzt wird, dass man trotzdem ein bisschen mehr kocht, natürlich auf bestimmte Sachen achtend. Und wir wissen ja nach derzeitigen Kenntnissen, über Lebensmittel ist noch kein Fall bekannt, dass man sich infiziert hat. Also wenn man dann trotzdem ein bisschen vorsichtiger ist und dann doch ein bisschen mehr kocht, kann man ja das Essen mit Nachbarn oder Menschen in der Stadt teilen. Also man kann ja da so einen Lieferservice einbauen und sagen, ja, wir essen das gleiche Essen, aber an getrennten Orten. Da könnte man ja auch nochmal über Zoom oder über andere Kanäle ja doch mal vielleicht während des Essens sich zusammenschalten und sagen, ja, wir sind dabei, wir sind gemeinsam. Also es heißt, man muss einfach nur kreativ sein.